Hallo liebe Freunde und Freunde, wir sind wieder da, bei Warhammer, Vermintide, mit dem Squad Crappy. Hallöchen! Hi! Und jetzt, hab ich Bock auf Algo. Jetzt gibt's die Rache hier. Oh, die war direkt mit Beutelwürfel am Anfang. Wir haben uns ja auch verdient. Oh, hier ist ne Bombe. Oh, nix. Wir kommen ja eh nicht so weit. Hörst du! Boah! Ich war vielleicht das Schlaueste, was ich gemacht habe. Killt die Elite-Ratte! Alles klar, hier. Wieder so ne Elite-Ratte, ey! Assassine! So. So. Jetzt wird die hier einfach fast noch ne Assassine. Der Läufer! Der Läufer! Der Läufer! Der Läufer! Der Läufer! Der Bullshit-Ratten! Bullshit-Ratten! Ja. Der ist ja für Grundstückchen, die durchwürden, wenn trotzdem weggehammert heute. Toll ich, hier wird alles weggehammert. Es ist Hammer-Time, genau. Ja. Fem-C Hammer! Mir fehlt nur noch... Obwohl, ne. Ich hab ja eigentlich die passende Hose, oder? Der Dude hier. Oh. So, hier links rum ist dann der Raum. Oh, da gehen wir jetzt rein, um zu kämpfen. Okay. Auf geht's. Hat jemand das Fass mitgenommen? Es ist doch erst in den Raum. Wieso? Hier vorne war da auch schon eins. Oh Mann. Na ne Bombe? Jetzt kommen sie. Okay. Macht euch gefasst auf alles, was jetzt hier ankommt. Mein Schild wird sie aufhalten. Männer Gondors. Hi. Da wird sogar die Tür weggemacht. Natürlich. Angeln gehauen hier alles. Hier wird nur geschlitzt. Okay. Ihr braucht nichts, ey. Nicht vertagen. Schlitzen! Ich kann nicht schlitzen. So. Gettling gerade! Oh! Zurück, zurück! Komm rein, komm rein! Vorne schreien sie! Zurück! Es leuchtet aber auch, ey. Jetzt können wir drauf! Sim. Holen! Kopf los! Noch drei Headshots, dann liegt die, ey. Hat jemand das Fass mitgenommen? Soll ich mal machen? Ich nehme das Fass mit. Mit Fässern kenn ich mich ja auch. Das ist doch Badage, nehm ich noch mit. Ach, kann ich nicht. Ich hab ihn hier drankiert. Muss ich noch jemand Badage mitnehmen. Ja, ich mach. Oh, hier hängt einer. Der wartet wohl auf bessere Zeiten hier. Oh, der ist hängen geblieben. Da bin ich angetackert. Giftratte! Giftratte! Ich werde entführt! Leute! Nicht! Passt auf mein Fass auf! Giftratte kommt! Ist down! Oh, ich dachte, ihr macht jetzt hier. Selbstmord. Ich wollte die Amakasi machen, ey. Oh, ich hab das Fass angehittet! Ah! Nein, mein Fass! Lol, da fliegen erst mal die Körperteile. Oh, die Gratte! Alter, wie die diese Maske klettert ist! Die hat sich abgemeldet, ey! Da fliegen erst mal die Körperteile. Munition. Ach, Endlos-Munition. Geil! Hier gibt's ganz viel Versorgung. Hier ist noch ein High-Trank. Was noch jemand braucht? Raus! Abschied dich mal! Braucht keiner, ne? High-Trank? Ne, ich bin voll! Aber bevor wir den hier lassen, nehme ich den nochmal mit. Dann trinke ich erstmal meinen. Ja, nimm einfach mit, dann. Okay, wollen wir direkt runter springen? Äh, ja. Nur eine Ratte. Langsam dann. Ach du Scheiße. Okay, wenn ich jetzt f... Die oder? Oder was? Die rechte Ecke hier? Die ist vielleicht eine coole. Der Linkgang. Ich. Halbsteht wieder ganz woanders. Ja, ich seh grad nix. Ja. Ja, ich komme. Hast du das Ding gestartet? Ne. Jetzt ist es gestartet. Du bist in die verkehrte Ecke. Ich weiß. Komm her, ich geb dir Rückendeckung. Ich guck gerade, ob die auch gut über uns kommen können, aber sieht nicht so aus. Das geht ja noch übersichtlich. Das ist gepanzerte Ratte. Die gepanzerten Ratten sind echt am schlimmsten, ey. Ich mache hier keinen Unterschied, ob die gepanzert sind oder nicht. Hier wird reingehackt. Da ist noch ne Gepanzerte da. Giftratte. Gift. Oh, ich bin eh nicht. Weiter in die Ecke. Kann einfach nichts machen gegen die gepanzerten Ratte. Das ist zu abartig. Ich klasse das mal hier aufm Arsch. Das gefällt dir doch. Leute, wer nimmt mich mit? Du schickst doch ab Wasser. Komm her, ja, ja. Nicht mein Zwerg, ey. Oben, Gatling. Markiert sie? Ist sie tot? Ne, lebt er noch. Ich hab sie markiert. Die Distort ist auf. Durch, durch, durch. Flieet, ihr Narren. Flieet. Oh, hinter uns, hinter uns. Einmal Flitz. Oh, ein Flitz. Auch über uns und neben uns und überall eigentlich, ey. Ja. Hier ist noch ne Panzerholungsratte. Aua. Von hinten, von hinten. Achtung, von hinten. Kein Problem. Ich hau auch einfach den, den Schädel in, dem Helm mit kaputt. Oh Leute, wir machen den Rast. Wie geht's Schnaps. Keine Zeit für Schnaps, wir müssen weiter. Ohne Schnaps ist es... Oh, hier ist Verbandszeug. Einpassiert. Ich bräuchte das. Nimm du das erstmal, Ralf. Wie lange ich noch nicht umgefallen bin, lohnt sich das gar nicht. Ja, ich hab noch ne Heiltrank zur Not. Ja. Ja, ich hab das jetzt mit. Sehe ich ne Bombe? Legen sogar mehrere Bomben? Ich nehm noch mal Verbandszeug. Wir haben jetzt ein Verbandszeug über. Warte, dann... Wo liegt nochmal Verbandszeug? Wenn nehm ich das jetzt, dann verbinde mich erstmal schnell. Und dann nehm ich meinen Heiltrank wieder mit. Wie gesagt, man ne Bombe, falls über keiner mehr. Jeder hat ne Bombe. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist voll schlecht, dass jeder ne Bombe hat. Okay, ach hier kam der große, ne? Wenn er jetzt wieder kommt, haben wir jetzt genug Bomben. Habt er nicht gesagt offensichtlich. Egal. Warte, ach jetzt kommt ja die Hogarate, ne? Vielleicht. Da oben, Leute. Oh, ja, ja! Leute, Leute! Ich hab weggeschlitzt! Gönnt sich aber auch, ey. Geht's da hoch? Weiß nicht. Ich guck grade. Ja, es geht hier, aber hier oben ist nix. Okay. Voll eklig. Sieht aus wie ein Ratten-Spawner. Götting-Ratte! 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 Ich krieg noch eine Bombe. Keine O-Geratte diesmal, traumhaft. Kommt ein bisschen was. Hier ist ein Heiltrank. Wieder in glosmonie. Dann kannst du dir jetzt den Haltrang nehmen, weil wir haben ja was über, ne? Boah, erstmal einen saufen. Ach, ich brauche noch einen Haltrang. Alles klar. Was ist denn mit ihm hier? Nein! Wir sind angezündet, was? Das passiert einfach nichts, ey. Das ist so eckehaft, ich kann gegen die Panzerungsrate nichts ausrichten. Ich kann sie wegkicken. Ich kann dir den Schädel zertrummern. Ja, ich kann zugucken wie er das macht. Ist auch schön. Hier ist ein Hooker. Hier ist ein Geschwindigkeitsrank, falls noch jemand keinen Trank hat. Ich hätte lieber einen Stärkertrank, muss ich sagen. Hier ist noch eine Bombe, hier ist noch ein Speedtrank. Und noch ein explosives Fass. Das fassen wir mal mit. Das obligatorische explosive Fass darf ja nicht fehlen, ne? So. Welche Ecke gehen wir? Das ist ne gute Frage. Wollen wir erstmal von hier oben sie vielleicht säubern? Hier, da. Gift. Runter! Runter? Oh! Oh! Ich hab alles nicht damage gekriegt, bis runterfallen. Ja, ich wurde oben vom Assassin jetzt geschnackt. Auf jeden Fall super. Ja, die Bombe kam angeflogen, ich war schon auf dem Weg weg, nach hinten. Weil das wäre der logische Weg eigentlich gewesen, weg von den Ratten da unten. Das war ich jetzt in die Ecke stellen, wir müssen mal selber rein. Am besten die hier, oder? Weil da dunkel ist ein Loch. Ja. Naja, okay. Ich hab mal ne Bombe, weil ich meist mal eine. Na ja, das kommt zu viel. Na ja, das kommt zu viel. Assassinenratte hier neben uns. Hab sie gesehen. Die ganzen Ratten gleich nicht so rumfliegen, ey. Ich hab ja hier ausgerichtet. Oh Gott. Kommandantratten. Kommandantratten. Oh Gott, da kann ich nichts ausrichten gegen. Wir können durch, wir können durch. und dann komme ich nicht oder nicht. Giftrotte! Ich leg's gleich hin, ey. Ich hab noch nimm das gefunden. Ich hab nimm das. 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 Ich bin ja schon mal ek. Ja, die Richtung ist schon mal okay, dann kannst du dich erst mal verteidigen. Aber wir werden gerippt hier. Schon zu viel Gift, ey. Ich glaube, das war's. Ja. Ohne den Hammermeister kennt ihr halt nichts. Ja, lass dich sterben, nächster Try, ey. Aber wieso wird auch runtergesprungen, wenn ne Bombe von vorne kommt? Da war aber der eh lang müssen, also wieso nicht? Vielleicht weil es leichter war, auszuweichen nach hinten. Ronny ist da fast gestorben beim Runterspringen erstmal. Ja. Ich bin nach hinten schon weggelaufen, als ihr gesprungen seid. Ich mach lieber Damage, das ist schon so. Man muss rechts, glaube ich, runter, da ist ne Treppe gewesen, da oben. Ja. Und als ich zurückkommen wollte, kam von hinten dieser Astazinrad und hat mich weggeschnappt. Da ist leider die Treppe kaputt, deswegen kommt man nicht hoch. Dann müssen wir dann zusammen runterspringen. An der Seite, die Treppe runter einfach. Ja. Ja, wollte ich ja eigentlich runtergehen, aber dann kamen die Bomben und bin halt nach hinten weg. Erstmal. Da war ich schon weg, da wurde gesagt, runterspringen. Nein, 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 nein. Aber wo soll ich wissen, dass du schon weg bist? Wo soll ich wissen, dass ihr runterspringen wollt? Naja. Anstelle die Ratte erstmal von oben zu töten. Ja, da war ich aber schon weg. Sag ich doch. Okay. Sehr gut. Und doves Timing. Wir hätten die Ratte lieber von oben töten sollen. Und dann danach runterspringen. Das denke ich. Ich hab mal den Würfel jetzt nochmal. Ne. Ne, ganz vergessen. Ach, direkt eine Armor-Rate, ey. Wenn du der in den Kopf schießt? Ne, passiert nichts. Ist auch gepanzert. Echt? Bei mir geht das dann. Du montete ich die. Loll. Ich hab aber auch eine Armbrust im Gegensatz zu dir. Ja, bei mir kommt einfach Kling und passiert nichts. Das Kling kommt auch bei mir, wenn ich auf sie draufhau. Dann musst du ein paar Mal häufiger draufhauen, dann. Hinter dir zu her. So, ist er weggehuckt. Yo. Au da rein. Du bist halt jetzt ISK. Schon wieder so viel Damage gekriegt an den ersten Raum, ey. Ja, weil du irgendwie weggelaufen bist. Ich stand hier vorne. Ja, und wir kommen von der anderen Seite. Also ich war hier in diesem Gang. Jeder ist da rausgekommen, wo ich rausgekommen bin. Ne, ja, du bist aber dann auf einmal rechts auf der anderen Seite rüber gelaufen. Sollen wir noch schnell in den Raum laufen? Das schaffen wir nicht. Jetzt kommen sie von zwei Seiten, ey. Ja. In dem kleinen Gang ist ihre Überzahl bedeutungslos. So, dann hast du den Gang voll. Mit Leichen. Ja. Ja. Pflastert, ey. Ich will nur noch eine Mauer aus ihren Leichen bauen. Göttling! Göttling! Die laufen von hinten ran. Die sind mit Dagen. Das ist ja ein gemeiner. Ja, dann kommen wir einfach so an. Sprengstoff. Mein Fass. Das ist doch mal Munition. Ich bret hier ziemlich mal, ey. So, weiter geht's. Da wird erstmal mit dem Hammer draufgeknüppelt. Gibt's nochmal Munition? Gibt's was mit der groben Geule, ey. Kann man eigentlich die kleinen Ratten hier auf dem Boden hochtöten? Ja. Wenn man sie mal trifft. Assassinenrat hinter mir! Die Damage die mir halt einfach gibt, ey. Okay, Jungs. Ich hab das Fass immer noch. Okay. Was die Ratten nicht wissen ist, dass wir eigentlich nur dieses Fass retten wollen. Ja. Wir sind eigentlich nur hier drin für das Fass. Es gibt jetzt wieder Munition und Trank. Wo ging's denn jetzt runter? Da ist die Gatling dran. Hier geht's runter. Alles klar. Ich weiß das Fass schon mal runter. Man weiß ja nie. Okay, wir müssen jetzt auch runter, ne? Ja. Wieder in die Ecke hier links. Ja. Ich löse mal das Seil. Los geht's. Jemand hat das Fass schon angeschossen. Oh, hat sich Glück, um das Fass zu retten. In jedem Fall. War echt hilfreich das Ding. Zum Glück haben wir's mitgenommen. Ja. 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 Bis jetzt können wir uns einfach gegen schnetzeln hier. Ja komm, gepanzerte von links. Komm. Du wick nicht hier. Komm. Kein Problem. Du rippst den einfach den Kopf weg, ey. Oh, hier wickst du auch noch mal? Willst du auch noch mal ein paar? Ja, ich hab'n gekillt mit'n Bogen. Ja. Also kann ich ihn doch irgendwie erwischen. Ja, hab ich doch gesagt. Einfach mehrmals. Aber von der Seite. Da waren wir so an der Seite so eine freie Stelle, wo ich drauf schießen konnte. Oh, den hab' ich halbiert. Null. Ja, mein Boy, ey. Horizontal oder Vertikal? Äh, horizontal. Das ist doch langweilig. Wir müssen genau in der Mitte. Von oben nach unten. Oh, hinter uns kommen noch einige. Kranzzeug. Das nehm ich mal mit. Hinter dir Zwerg. Da ist noch ne Bombe. Ich nehm die mit. Bukka. Bukka. Wieso denn mich? Find ich euch glücklich. Ja. Bei dir verhakt sich halt seine Lanz am besten im Bad. Ja. Weißt du weh, dass du ganz mal am Bad gezogen wirst? Assessinenrad irgendwo? Der ist bestimmt hinter uns. Von seinem einsamen Bogenschütze. Ja, der hier ist der bei uns. Kommt. Kannst... Das ist ne Bombe. Was ist da an? Ne, der ist da. So, wie sieht sie aus? Da ist ein Heiltrank. Dann verbinde ich mich mal eben. Oder hat jemand noch Platz für ein Heiltrank? Circa hat noch Platz für ein Heiltrank. Ja, komm ich. Okay, dann brauche ich mich nicht verbinden. Dann du den mit. Gettling gerade? Mhm. Der hat's aber weggehauen ey. Ne, was ist mit der hier los? Gettling gerade ist tot. Der bleibt hinter mir. Hier gibt's noch ne Bombe. Aber Bomben hat auch jeder. Ja. Warte, warte. Die Bombe ist ne Soldatenarmee. Oh Gott. Pat. Ist die RIP? Ne. Ich geh auf meine Bombe hinterher. Ich muss jetzt aber RIP sein ey. Ich hab noch einen auf für den Ogre. Oh. Was denn? Kernruhe. Verpisst euch. Alter das ist so behindert. Eine einzige Ratte macht mich hier weg ey. Ja komm. Du. Verlässt uns jetzt nicht. Aus und Weise ey. Eine einzige von den Bomben kommt zu mir durchgerannt und ich kann nichts mehr tun. Kommt her. Frisst meine Axt. Von rechts kommen die Kirschenratten. Diskriminier die doch jetzt mal nicht. Na okay. Ratten die nicht so kräftig sind. Nur weil die sich keine Rüstung leisten konnten. Ja. Na noch keine ey. Oder sich zu spät angestellt haben. Halt höher. Hat jemand noch ne Bombe? Der sieht genauso aus. Zwei Bomben? Zwei haben wir noch. Würden die alle ihre Ratten ausrüsten mit ordentlicher Rüstung? Hätten wir keine Chance. Du vielleicht noch. Ist doch easy ey. Kein Ding. Bisschen Pulverfass. Ja das ist gut. Pack das mal da drüben hin. Die Munition wäre ganz ratsam. Ich hab chronische Munitionsknappheit ey. Ach hier vorne. Nice. Ja das ist noch ein Healtrunk. Oh ein Healtrunk. Schluck ich ey. Ja ein Champion kann auch einen schlucken. Da ist noch ein Trunk. Da hinten kommt was? Ein Haste Trunk. Bucco. Ich hab der noch eine mitgegeben. Da geh ich einfach mal auf Nummer sicher und hau noch ein paar mal drauf. Ja. Die steht nicht wieder drauf. Ja. Du kannst nen Fass haben alter. Giftratte. Alles klar das Fass gehts gut. Wir werden mal den Nasengift gegönnt. Ah. Not again. Alles klar. Wollen wir es mehr lang. Sieht ziemlich sauber aus ey. Na nix hier. Eine einzige Ratte da vorne. Ach. Hier kommen sie. Hier liegt noch ne Bombe. Warte. Was sei denn. Außerweg noch mehr. Die Bombe kommt noch. Was haben wir denn hier schönes? Hier ist noch ein Fass. Da vorne gehts dann runter. Also sollte man die Fässer dann da runter schmeißen. Hier ist noch ein Trunk. Was für einer? Speed hab ich schon. Vorne ist noch ne Tür. Da kann man auch noch was holen. Ist das schon runtergeschmissen? Ja. Hier ist noch ein Fass glaube ich. Ja hier ist noch ein Fass. Und noch ne Bombe. Und noch. Speed Trunk. Extra Lieferung. So. Dann sind wir doch jetzt. Der ist noch dran. Zumindest haben wir uns gut ausgerüstet. Jetzt können wir hier raus. Ja. Fallschaden zu vermeiden. Aska wo stellen wir uns hin? Wieder da in die Ecke oder? Welche denn? Oh. Der rechts nach vorne. Ist eigentlich egal. Bei der Tür unten. Oh. Da hat sich das Fass wegehauen. Oh. Gibt gerade. Im hinten. Ok. Gibt gerade das Tod. Ok. Alle waren in die Ecke. In die Ecke. Wir standen doch eben hier in dieser Ecke. Warum wird nur... Oh Gott ey. Hier ist das Fass nicht. Ja. Eigentlich muss das Fass doch anders liegen als bei dir. Ja das kann man werfen. Aber in der Zeit kann der nicht anfangen. Anzeigen. Schmeißen. Schmeißen. Da rechts in der Mitte. Da neben der Tür. Ich treffs einfach nicht. Ich spiel Ratzen. Oh ich hab's mal ausgelöst. Das war's. Das war's oben. Oh es hat genau eine Ratte gekillt. Panzerratte. Och nö. ein problem aber wir hatten noch drei hat sein der eisert mich gekillt ich glaube ich noch mal aus ich glaube ich noch jemand noch mal aus so offen in den raum oder leute lasst uns durch bist du bist man rechts rein kann in den raum da ist das munition gewesen ja wer weiß ob das wieder ist und wenn da wir die gift gerade was reinwirkt dann sind wir am arsch aber wir können auf jeden fall mal dahin ist ja das munition doppelt sogar die koppel alle wörtern ist hier raus was hat sich hier drinne das war der turkel gattling an ich stehe nämlich lieber hier an der wand damit mich der gattling an ich habe mich einfach ausbreiten die daten mich legolas 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 immobilgei hoffentlich ausgedrückt man ich muss hier raus es gehört mich zurückzuschieben ich muss die gratte da weg machen haben wir alle da und soweit können wir weiter Marcel müsste ich dann nochmal heilen ja ich kann das hier mich mal kurz von hinten kommt hier was abgemeldet ok wir können glaube ich weiter ich tue mich nochmal nachfüllen munition und dann gehen wir los hier nach rechts oder hier nach links und dann reiten wir los ich glaube rechts ist der normale weg lass doch mal links gucken ok wo man da noch was holen kann hier sind tränke drei zwei heiltränke und ein stärketrank ok ich brauche einen heiltränk mitnehmen ah schon weg ok da verbinde ich mich mal nein du bist doch noch fast alter verbinde ich dir fast voll ja du bist aber noch nicht weiß also scheiß egal ja monster kill soo sieht ja relativ gut aus hier einfach langsam aber sicher vorrück hier ist massig wein wieso wieder ich hier geht ne Dings nach oben ne Leiter nach oben gibt's hier noch Zeug äh raus hier ne ok hallo komm raus endlich toll ich bin wieder rein in der Hermannstraße sind wir jetzt da lass mal nach hinten gucken jetzt im Tor noch ob er noch was zu holen ist ich hab mich jetzt nur geholt ne da bin ich hier war hier irgendwas ist nix ne doch hier ist doch was was ich bin da gerade vorbeigelaufen war nix da ist die Karre hier ist der Ausgang was war da ist weg hier was war da Tume ich dachte es wäre ein Pulver fast aber ja assassinenratte irgendwo oh ich bin wieder runtergefallen oh Gott rip ne fast ey ich bin sicher nicht auf die Leiter nachgekommen oh peace out ey oh peace out peace out Leute dann kommt die Assassinenratte ich hab's gar keine Bücher mach zu den Scheiß ja wir haben sich auf jede Ecke gelootet halt deswegen kriegen wir jetzt ja so ist das im Leben ne hart aber fair ja wir sind durchgelaufen aber wir haben nicht alles gelootet ok es ist ein bisschen schade aber ja aber wir kommen nochmal wieder auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad das Stab hab ich es gekriegt so jetzt gib mir bitte ein National Item so jetzt wird das mal gerollt jetzt wird das mal gerollt ich hab dieses Würfelsystem echt nicht verstanden wieso irgendwie leuchtet bei mir nie was ich krieg irgendwie Schwerte oder so ich kick einen Bogen weil ich die Bogenschützen so gern spiele ich hab zwei Schwerter auch für die Bogenschützen ich hab ein Schwert Asari Warblade auch für die Bogenschützen so dann jetzt erstmal wieder ins Inn ne ja zu Gasthaus ja 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 ok nächste Mission wird Supply and Demand also und die müssen wir zum Gasthaus leider also Angebot und Nachfrage ist dann unser nächstes Ziel ganz genau ich wollte jetzt hier nochmal gucken ob ich jetzt einfach auf ein ja mal gucken ein paar weiße Items oder so diese oder verbinde mal gucken vielleicht krieg ich ja was sinnvolles und wo geht das? bei der Schmiede ja ja das dauert natürlich alles ein bisschen, oder? nur Geduld so hab ich ein neues Schwert bekommen keine Ahnung ob das taugt aber ist bestimmt besser als die Einzelschwerter Asari Warblade dann schiebe ich dich mal weg hier so und dich und dich und dich los let's do it rein damit rein damit rein damit nö conflagration conflagration hab ich bekommen ey also ein Caster-Ding wieder guck ich nochmal ob ich's nochmal machen kann aber offensichtlich nicht von daher verabschieden wir uns dann für diese Folge hau doch rein Leute tschüss tschüss tschaui tschüss tschüss